Eine weitere Folge from Dante.de. Heute kümmern wir uns um das Thema Gesundheit. Zu Gast bei mir heute ist Professor Dr. Frank Christoph. Du bist Urologe und ich freue mich total, dass du heute hier bist, denn ich glaube, dass wir über Themen sprechen werden, über die nicht jeder spricht und die aber dennoch sehr, sehr wichtig sind. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frank, zunächst einmal, wie geht es dir? Gut, Dankeschön. Was ich vielleicht am Anfang einmal kurz erklären sollte, ist, wie es zu diesem Podcast kam. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit bei dir zur Vorsorge gewesen und wir haben uns darüber enthalten, wie es manchen Männern geht. Gerade wenn man über Urologie spricht, das ist schon ein Thema, das jetzt nicht jeder Mann irgendwie immer wieder auch betont. Und wir haben uns gedacht, es wäre sehr, sehr wichtig, mal über diese gesamte Thematik zu sprechen und auch aufzuklären. Deswegen sitzen wir heute hier und ich freue mich total auf die kommende Zeit mit dir. Frank, du hast Medizin studiert und dich am Ende für das Spezialgebiet der Urologie entschieden. Was waren die Gründe oder bist du da einfach irgendwie reingerutscht in dieses Fachgebiet? Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage, denn das hört man häufiger auch von Patientenseite, wieso haben sie sich für Urologie entschieden? Und zunächst mal vielleicht zur Erklärung, dass das Fach sucht eigentlich immer den Arzt und nicht umgekehrt. Also das sieht man schon, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum, ich überblicke jetzt meinen beruflichen Werdekang über mehr als 20 Jahren, wenn man sich das anschaut, du siehst immer die gleichen Charaktere, mehr oder weniger, in den einzelnen Fächern. Und für mich war das so zu Beginn meiner Ausbildung, dass die Herzchirurgie immer am Vordergrund stand und ich unbedingt Herzchirurg werden wollte und habe dann in der Herzchirurgie angefangen zu arbeiten. Das war damals noch an der Uni Düsseldorf, wo ich studiert habe und kam dann in den letzten Monaten meiner Ausbildung noch als Student in die Erfahrung mit den Herzchirurgen dort zu arbeiten und fand das so komisch, wie die miteinander umgegangen sind, dieses streng hierarchische System, die mich im OP dann als Student nur in der dritten Person angeredet haben, dass ich sagte, Moment, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht mein Bereich. Und dann bin ich kurz danach nach Amerika gegangen, ich war auch davor schon mal da und bin da zufälligerweise in Kalifornien in der Urologie gelandet, weil meine Doktorarbeit ein molekularbiologisches Thema zum Harnblasenkarzinom zum Inhalt hatte. Und die Urologen dort, das waren halt coole Dudes, die morgens erst mal surfen gegangen sind und danach in die Klinik. Ich fand das einfach cool. Und so kam eigentlich, wie du schon gesagt hast, eher der Zufall ins Spiel, der mich dann zur Urologie gebracht hat. Und da bin ich auch und auch nach 25 Berufsjahren nach wie vor überzeugter Urologe. Aber glaubst du nicht, dass es auch ein bisschen was mit der amerikanischen Kultur vielleicht zu tun haben könnte, dass auch die Kardiologen da drüben auch ein bisschen entspannter gewesen wären? Na klar, auch die Kardiologen sind cool und auch andere Fachzielein sicherlich und wahrscheinlich auch die Herzchirurgen, ja. Was mich interessieren würde, ist zum einen dein Aufgabengebiet, denn das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, viele denken oder es gibt in Sicherheit einige, die denken, dass der Urologe nur für die Männergesundheit zuständig ist. Dem ist nicht so. Vielleicht kannst du mal grob schildern, was alles in dein Aufgabengebiet fällt und vor allem auch vielleicht ein bisschen über die Frauen, denn hin und wieder wirst du mit Sicherheit auch Frauen als Patientinnen haben. Ja, das ist richtig. Also es ist ein großer Irrtum, den auch viele noch heute haben, zu glauben, dass der Urologe jetzt nur ein Männerarzt ist. Ähnlich jetzt wie der Gynäkologe, der tatsächlich so 99,9 Prozent Frauen behandelt. In der Urologie haben wir wirklich die ganze Bandbreite und das macht das Fach auch so spannend. Und also nicht nur Männer, sondern auch Frauen und auch Kindern und bin ich auch Kinderurologe. Das heißt, ich habe wirklich ein buntes Potpourri von Patienten, wenngleich natürlich Männer. Und das wird ja auch das Thema unseres heutigen, deines heutigen Podcasts sein, nämlich Männergesundheit. Aber es gibt halt eben Frauen und Kinder und Frauen haben natürlich auch Nieren und haben Blasen und können auch Krebs dahin bekommen. Das heißt also, die Onkologie hat auch einen Stellenwert bei der weiblichen Urologie. Frauen haben natürlich klassischerweise auch solche Krankheiten wie Blasenentzündung oder auch später, wenn sie älter werden, Urininkontinenz, mit dem wir Urologen uns auseinandersetzen können. Aber sind das nicht auch alles Krankheitsbilder, die Gynäkologen zum Beispiel abdecken können? Also warum gehen sie dann zu dir? Ja, also teils, teils. Das ist so ein Überschneidungsbereich. Tatsächlich, die Inkontinenz ist ein Überschneidungsbereich zwischen Gynäkologie. Da gibt es ja auch so einen Spezialbereich der Urogynäkologie. Und da möchte ich gar nicht so dogmatisch sein und sagen, das gehört in den Bereich der Urologen. Denn natürlich auch die Gynäkologen kennen den Unterleib der Frau sehr gut und können dann auch entsprechend das behandeln. Bei den Blasenentzündungen, das ist so traditionell eher so, dass, sagen wir mal, die einfache Blasenentzündung vom Gynäkologen behandelt wird oder behandelt werden kann. Und wenn das dann, warum wie auch immer, nicht funktioniert oder nicht besser wird, dann wird verwiesen an den Urologen. Wenn du jetzt mal so das Verhältnis Mann-Frau-Kind betrachtest, wie viel Prozent Männer kommen zu dir, Kinder und auch Frauen? Na, da würde ich sagen 60, 30, 10 in etwa. 10 sind die Frauen? Nee, 10 sind die Kinder. Also 30 Prozent Frauen. 30 Prozent? Das sind schon viele Frauen. Ja, mehr als man denkt. Okay, damit hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet. Frank, inwieweit hat sich, wir reden immer wieder über Gesundheitsthemen, beziehungsweise heutzutage ist dieses Feld der Gesundheit sehr groß geworden, Langlebigkeit, Gesundheit, Energie etc. Inwieweit würdest du sagen, hat sich überhaupt das Gesundheitsbewusstsein bei uns Menschen in den letzten Jahren verändert und auch ganz speziell bei den Männern? Denn es heißt ja häufig oder es hieß häufig, dass Männer nicht so gerne zum Arzt gehen und das auch gerne mal wegschieben. Ja, leider ziemlich wenig. Im Vorfeld unseres Gesprächs, da haben wir uns ja beide so ein bisschen Gedanken gemacht und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir über diese Themen sprechen. Und mir fällt schon auf, dass eigentlich diese nachfolgende Generation gar nicht so viel anders ist als die vorherige Generation. Ich glaube auch ein bisschen, dass die Fachgesellschaften da den Zug verpasst haben, denn wir erleben ja jetzt einen Generationswechsel. Also die Nachkriegsgeneration, die Silent Generation, die ist jetzt 80 plus, geht also jetzt tatsächlich raus aus der Früherkennungsuntersuchung. Ich denke, das kann man schon sagen, also ein Mann, der jetzt 2 oder 83 ist, der muss mit einer Früherkennungsuntersuchung für Prostatakrebs, wenn er bisher nicht erkrankt ist, nicht noch anfangen. Das wird nicht mehr passieren. Stattdessen ist es so, dass jetzt eben die Generation X, die kommen halt jetzt in das Vorsorgealter, also die Babyboomer, die jetzt 60, 65 in Rente gehen, die sind natürlich diejenigen, die es halt primär betrifft. Und wenn man sich mal anschaut, wie jetzt die Maßnahmen sind, die jetzt von zum Beispiel Regierungsseite oder von Seiten der Stände, der Berufsstände ergriffen werden, sehe ich keinen großen Unterschied. Und ich muss auch sagen, ich sehe auch keinen großen Unterschied oder keinen Wechsel oder keine Zunahme der Inanspruchnahme der Früherkennungsleistung. Also vor 10 Jahren, da lag der prozentuale Anteil der Männer, die zur Früherkennungsuntersuchung gehen, so in etwa bei 17 bis 20 Prozent. Und jetzt habe ich kürzlich Zahlen bei Statista gesehen, da lag der bei 12 Prozent. Also du siehst überhaupt keinen Unterschied, obwohl natürlich die Wissenszugewinnen, den wir haben, der ja auch auf dem Tisch liegt, der ist eigentlich enorm und trotzdem hat es sich nicht verändert. Und vor allem die empfohlene jährliche Gesundheitsvorsorge ab dem 45. Lebensjahr, also da muss man sich auch mal diese Zahl reinziehen, 37 Prozent aller Männer haben die noch nicht wahrgenommen. Also das ist ja auch verrückt. Aber du hast gerade ein gutes Thema angesprochen und zwar auch die Verantwortung der Regierung beziehungsweise, was mich wundert ist, ihr habt doch mit Sicherheit eine Ärztevereinigung beziehungsweise so ein Ärztepool und ihr werdet ganz bestimmt auch über diese Themen sprechen und diskutieren. Gibt es da mal die Möglichkeit, sowas eben auch an die entscheidenden Stellen weiterzutragen und auch diese Themen überhaupt mal aufzumachen? Ja, das wird schon diskutiert. Also ich möchte es mir auch jetzt gar nicht so einfach machen und mich hinstellen und sagen, die bisherigen Kampagnen haben versagt. Und man muss das alles neu denken. Aber es gibt Qualitätskriterien, es gibt auch Institute, die die Qualität überprüfen und du kannst dich vielleicht erinnern an das Thema Prostatakrebs, Prostatakrebs-Screening, bei der halt schon von den Institutionen, sei es jetzt also vom ICWIC, das ist ein Institut, was sich mit der Qualität wissenschaftlicher und Gesundheitsleistungen beschäftigt, die wiederum dann dem gemeinsamen Bundesausschuss, dem GWA, reporten, sozusagen, ob jetzt diese Leistung sinnvoll ist oder nicht. Das gibt es schon alles. Und da war in den letzten Jahren eine große Diskussion darüber, welche der Vorsorgeleistungen nun vom Staat übernommen werden müssen oder nicht. Denn es ist ganz klar, in dem Moment, wo der Staat eine Leistung übernimmt, muss der Staat die auch bezahlen. Und dann ist die Frage natürlich, wie teuer ist es und mit welchem Geld. Also, das ist einerseits die medizinische Schiene, die da betrachtet wird, auf der anderen Seite aber auch die finanzielle Schiene. Und da einen Mittelweg zu finden, und ich will jetzt gar nicht in die Politik reingehen, ist nicht so einfach. Aber klar, diese Diskussion hat stattgefunden. Die Daten sind auf dem Tisch. Da gab es sehr viele Missverständnisse. Was mich jetzt als Urologe bei dieser Diskussion immer ärgert, ist, dass die Regierungsseite Daten verwendet hat, die so alt waren, dass man ehrlich gesagt heutzutage 2024 dann mit nicht arbeiten kann. Also, als Beispiel, es wurde damals eine Studie groß zitiert, die liegt aber sehr weit zurück in ihrer Generierung. Und das liegt daran, dass, und wir reden ja heute über Männergesundheit, Männerkrebs, Prostatakrebs, dazu kommen wir gleich noch, dass der Prostatakrebs zwar ein im fortgeschrittenen Stadium immer tödlich verlaufender Krebs ist, der aber relativ langsam wächst. Und wenn ich jetzt eine Studie mache, die quasi einen Effekt sehen möchte, was ist besser, zuvor so zu gehen, ja oder nein, dann braucht die viel Zeit. Das ist also ein langer Verlauf. In dieser Zeit haben wir aber wiederum so eine Entwicklung auf technologischer Seite. Ich meine, Halbleiterdiagnostik alle zwei Jahre, wenn die Chips doppelt so schnell wie noch vor zwei Jahren, dass quasi die technologische Entwicklung viel mehr voranschreitet, als solche Studien überhaupt in der Lage sind, das abzubilden. Und das ist ein bisschen der Vorwurf, den ich da machen muss, dass da man immer auf diese bekannten RCTs, also randomisierte, kontrollierte Studien zurückgreift und sagt, ja, wir haben keine RCTs, wir brauchen die RCTs, ohne die können wir jetzt keine definitive Aussage machen, wo ich einfach sage, nein, das geht nicht. Nicht in einer Gesellschaft, die sich so schnell entwickelt, da muss man halt auch mal mit KI arbeiten und modellieren und so ein bisschen antizipieren, was könnte rauskommen. Aber glaubst du, dass da ein bisschen Kalkül auch hinter steckt? Weil dieser gesamte, dieser ganze Pharma-Markt, das ist ja auch eine eigene Industrie. Also ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber ich frage mich, dieses gesamte Gesundheitssystem, dass, also wenn jetzt irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen aufkommen, dann stelle ich mir vor, dass es sehr teuer wird. Für die Krankenkassen und dementsprechend auch für jeden einzelnen Bürger und für Deutschland. Wenn man mit Präventionen arbeitet und vielleicht das Schlimmste verhindern kann, müsste das ja auch dementsprechend dann günstiger sein. Natürlich, das wäre wünschenswert. Die Frage ist halt, wie weit ist jeder Einzelne bereit dazu, etwas für seine Gesundheit zu tun? Das erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an Erziehung, an Bildung, an Information, an Zugang zu Informationen, an Umsetzung. Und das fängt ja schon extrem früh an. Und da sehe ich auch relativ wenig, was getan wird. Wir sehen es ja zum Teil auch, ohne dass wir jetzt da einsteigen müssen, bei der Impfdebatte, wo geschaut wird, okay, welche Mechanismen der Impfung zum Beispiel funktionieren gut. Man muss einfach nur mal über den großen Teich schauen und gucken, wie hat Australien das Thema der Impfung zum Gebärmutterhalskrebs, also HPV-Impfung, wie haben die das gelöst? Und wie dramatisch sind da die Zahlen runtergegangen? Und wie sieht es in Deutschland aus, wo einfach das Impfsystem ein anderes ist, wo also das Impfen sozusagen dem Kinderarzt überlassen wird, der natürlich viel anderes zu tun hat und die Impfquote einfach lächerlich gering ist. Also das fängt schon sehr früh an und ist halt sehr umfangreich. Ja, Impfen ist ein eigenes Thema, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Ich möchte jetzt mal zurückkommen auf dieses System Deutschland, weil wir damit jetzt gerade eingestiegen sind. Wie siehst du allgemein die Krankenversorge in Deutschland? Also ich bin häufig in Amerika und das System dort drüben ist schon ein anderes und ich würde sagen oder aus meiner Sicht zumindest behaupten, dass unser System wirklich gut ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber es ist natürlich einfach zu sagen für Menschen, die privatversichert sind und dann gibt es halt die, die gesetzlich versichert sind. Wie groß sind die Unterschiede zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten? Zum einen was Termine angeht, aber auch was die Versorgung angeht. Nun, auch hier muss ich sagen, ich bin kein Gesundheitspolitiker. Deswegen ist meine Stimme relativ leise, wenn es darum geht, das eindeutig beurteilen oder kritisieren zu können. Aber ich stelle schon fest, in der Tat, auch hier im Verlauf der letzten zehn Jahre, dass wir eine deutliche Rückentwicklung sehen, was die Möglichkeiten haben, die gesetzlich Versicherte angeht im Hinblick oder im Vergleich zu den Privatversicherten. Wenn du, wie du gesagt hast, ja viel in Amerika bist, dann weißt du auch, dass die Rechnung, die du bekommst im Vergleich zu denen, die wir hier in Deutschland stellen, meistens ein oder zwei Nullen mehr haben. Es ist einfach so. Und ich glaube, was man in Deutschland versucht, ist einfach die Quadratur des Kreises, nämlich ein System, in dem nicht so viel Geld mehr steckt, einer breiten Masse zugänglich zu machen, wo ich einfach bei gestiegenen Kosten nicht mehr in der Lage bin, das abzubilden. Und auf mich wirkt das Ganze immer mehr wie eine Flickschusterei, wo wieder neue Gesetzesvorgabe gemacht wird oder man versucht, irgendwas zu ermöglichen, was am Ende nicht möglich ist. Und am Ende des Tages ist dann der Patient damit konfrontiert, sich einen Termin zu suchen oder gar die Leistung dann aus der eigenen Tasche zu zahlen, weil, und das muss man auch sagen, und das war auch vor 300, 400 Jahren so, Gesundheit ist halt dein mehr oder weniger und auch am Ende des Tages privat Vergnügen. Und dazu musst du halt selber was zahlen nochmal. Ich möchte jetzt gar nicht in die gesundheitliche Debatte, gesundheitspolitische Debatte einsteigen. Es hat ja schon was dafür, dass eben vor etwa 100 Jahren da das Gesundheitssystem für alle etabliert wurde, aber wir kommen wirklich an die Grenze mittlerweile. Du hattest eingangs auch schon mal was gesagt, dass Gesundheit auch Eigenverantwortung ist. Man muss diese Termine auch wahrnehmen, wenn sie auch angeboten werden. Jetzt haben wir ja gerade schon erfahren, dass die Männer grundsätzlich nicht so gerne zum Orologen gehen und auch eher über dieses Thema nicht so gerne sprechen. Was glaubst du, sind in erster Linie die Gründe? Sind es eher vielleicht die Gründe des, oder Scham? Scham kann ja zum Beispiel ein Thema sein oder auch, dass einfach gesagt wird, es wird diese gesamte Thematik unterschätzt. Also wenn jemand keine Probleme hat zum Beispiel, warum soll ich dann zur Prävention beziehungsweise zum Arzt? Klar, absolut. Also das eine ist so ein bisschen die Psychologie des Mannes. Darüber wurde ja schon viel geschrieben, also Männer und auch gesungen. Also Männer sind halt hart und die melden sich erst dann, wenn es wirklich wehtut. Zum einen, zum anderen auch der Mythos, der sich um diese Untersuchung rankt, was da alles gemacht wird. Und genau das ist das Fatale. Also wenn wir jetzt konkret zum Beispiel über das Thema des häufigsten Krebs des Mannes, nämlich Prostatakrebs sprechen, dann ist es so, dass es eben nicht sinnvoll ist, zu warten, bis die Symptome kommen. Bis der Krebs schon so weit fortgeschritten ist, dass er zu irgendwelchen Blutungen oder Problemen beim Wasserlassen führt. Sondern im Gegenteil, ich möchte den Krebs eigentlich, und das zeigen ja auch gerade die jüngste veröffentlichte Studie zum Thema der Sinnhaftigkeit der Fingeruntersuchung, da möchte ich natürlich den Krebs entdecken, bevor ich ihn taste. Und das kann ich heutzutage. Und das unterscheidet unsere Möglichkeiten im Jahr 2024, sogar von denen von 2014 oder erst recht von 2004. Nämlich vorzeitig, bevor ich irgendeinen Knoten, was auffälliges taste, möchte ich anhand meiner Labordiagnostik oder anhand von der Bildgebung etwas sehen. Aber, auch hier muss man sagen, deswegen fand ich diese Art und Weise, wie dieser Artikel veröffentlicht wurde, nicht ganz so glücklich. Die Fingeruntersuchung, und das ist ja das, um die sich dann solche Mythen ranken, ist nach wie vor ein integraler Bestandteil von der ganzen Sache. Du musst einfach als Arzt, der die Vorsorgeuntersuchung macht, wissen, wie fühlt sich das an, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, die dann dazu führen, vielleicht noch eine erweiterte Diagnostik zu machen. Über die Untersuchungsmöglichkeit werden wir gleich auch noch sprechen und da hoffentlich auch ein bisschen die Ängste nehmen, die auch immer wieder auftreten. Wenn du jetzt nur ein bis zwei Sätze Zeit hättest, also einfach mal ein Plädoyer zu halten, warum es wichtig ist, und auch du die Leute anhalten möchtest, regelmäßig zur Gesundheitsvorsorge zu gehen, was würdest du dem sagen? Ich würde sagen, geh hin, dann lebst du länger. Das ist sehr prägnant, kurz. Ich glaube, dem habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen, auch als objektiver Betrachter, beziehungsweise jemand, der nicht mit diesem Thema zu tun hat. Was mich interessiert wäre, was sind die häufigsten Krankheitsbilder, beziehungsweise Beschwerden, mit denen Männer oder auch Frauen und Kinder am Ende zu dir kommen, wobei man mit Sicherheit auch unterscheiden muss zwischen Mann, Frau und Kind, deswegen vielleicht in erster Linie mal die Männer. Ja, das können wir jetzt in Anbetracht der Zeit, die uns zur Verfügung steht, nicht in aller Ausführlichkeit machen, aber vielleicht hilft es auch für dich oder auch für die Zuhörer zu wissen, dass quasi aus der Sicht der Männergesundheit die Männer je nach Altersgruppe unterschiedliche Erkrankungen haben. Und ich sehe das natürlich auch im Alltag, dass je nach Alter, in dem sich der Patient befindet, ganz unterschiedliche Themen relevant sind oder unterschiedliche Krankheitsbilder. Das kann zum Beispiel sein, in den 30ern sprechen wir von Hodenkrebs. Hodenkrebs ist der häufigste Krebs des Mannes zwischen 20 und 40. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, wenn ein 30-jähriger Mann da irgendwas entdeckt hat oder getastet hat, dass der zur Krebsvorsorge kommt. Das kann aber auch sein, Hodenkrebs. Wohlgemerkt, Prostatakrebs würde in dem Alter noch keinen Sinn ergeben, weil zu früh. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele, wenn sie in den 30ern sind, eine Familie gründen wollen, dann hat das Thema Fruchtbarkeitsstörungen vielleicht eine Relevanz. Da muss geguckt werden, gibt es Auffälligkeiten aus andrologischer Sicht, die dazu führen, dass vielleicht die Spermienqualität nicht so gut ist, dass die keine Kinder erzeugen können. Dann kommen wir in die 40ern. In den 40ern fängt es langsam an mit dem Thema Prostatakrebs. Du hast es vorhin schon gesagt, die Empfehlung ab 45 regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und da ist dann sozusagen der Einstieg, wie er stattfindet, wo man vielleicht auch dann den Patienten informiert, dass es wichtig ist, eben regelmäßig zu gehen, in welchen Abständen und was da genau gemacht wird. Dann kommen wir in die 50er. Dann geht es los mit der Dickdarmkrebsvorsorge. Da wurde ja das Eintrittsalter für den Mann, erstaunlicherweise nur für den Mann, nicht für die Frau, aber das ist nochmal ein anderes Thema, von 55 auf 50 vorgeschoben. Das heißt also, auch hier das Thema Darmkrebs, ein ganz relevantes Thema. Es ist ja der zweithäufigste Krebs, den wir in Deutschland sehen, direkt hinter dem Prostatakarzinom. Und dann kommen wir in die 60er. Und in den 60ern geht es dann los mit sexuellen Funktionsstörungen. Da ist die Erektile Dysfunktion, über die wir wahrscheinlich später auch noch sprechen werden, ein Thema. Und so setzt sich das dann fort, klar, bis in den 70ern. In der ganzen Zeit ist dann noch der Prostatakrebs ein relevantes Thema. Denn es gibt ja auch Fälle, wenngleich man die Gott sei Dank heute nicht mehr so oft sieht, wo Patienten eben die Vorsorge verpassen und dann eben im weit fortgeschrittenen Krebsstadium auftauchen und natürlich auch behandelt werden müssen. Du hattest auch schon einmal kurz erwähnt, dass Krebs relativ langsam wächst. Ist das nur bei Prostata- oder Hodenkrebs oder ist das allgemein, falls du das sagen kannst, bei allen Krebsformen so, dass wenn man rechtzeitig aussetzt, vielleicht bei der Bauchspeicheldrüse, das ist, glaube ich, ein etwas anderes Thema. Aber wie würdest du das allgemein einschätzen? Nein, man kann es nicht verallgemeinern. Also das war tatsächlich jetzt eben auf die Prostata bezogen. Und auch hier muss man sagen, und das war auch ein großes Missverständnis zum Prostatakrebs, was da in den 80er Jahren aufgetreten ist, weil wir es einfach nicht besser wussten. Denn Prostatakrebs gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Man kann das jetzt mal grob formuliert in drei unterschiedliche Aggressivitätsformen unterteilen. Und es ist natürlich klar, je aggressiver der Krebs ist, desto schneller wächst er und desto tödlicher ist er auch, wenn man so will. Auf der anderen Seite hat es auch dazu geführt, dass wir eine Art von Prostatakrebs identifizieren konnten, die relativ langsam wächst. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, nur weil er langsam wächst, ist er harmlos. Aber es erfordert eben keine aggressiven Therapie im Vergleich zu diesem sehr aggressiven Tumor. Deswegen ist es nicht so einfach zu sagen. Und wir stellen auch heutzutage fest, dank der modernen Untersuchungsmethoden, die wir haben, und die Molekularbiologie und die Genetik, die tritt jetzt auch immer mehr aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Elfenbeinturm heraus in den Alltag, wo wir also in der Lage sind, mit einem Biopsieergebnis mittels molekularbiologischer Untersuchungsmethoden noch genauer zu charakterisieren und halt zu sagen, das ist jetzt ein aggressiver Krebs, da müssen wir vorsichtig sein. Dinge, die wir vor 20 Jahren noch gar nicht wussten. Du hast gerade die drei unterschiedlichen Krebsarten zum Beispiel bei Prostatakrebs angesprochen und auch wie unterschiedlich aggressiv sie sind. Was würdest du sagen, ab welchem Alter sollte man wie häufig zur Gesundheitsvorsorge, um eben diese Themen ausschließen zu können? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr aggressiv und schnell wachsenden Krebs in sich hat, was ist das für ein Zeitraum aus deiner Sicht? Na, im Prinzip ist es das, was ich auch meinen Patienten rate, wenn sie zu mir in die Sprechstunde kommen, dass ich sage, man soll sich nicht verrückt machen mit irgendwelchen Erkrankungen, die man hat oder vielleicht nicht hat, aber man muss halt realistisch abschätzen, wie riskant ist es, die ein oder andere Krebsart zu haben. Und das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, mit 45 anfangen zur Früherkennung für Prostatakrebs zu gehen, mit 50 dann zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Und die Kollegen, die dann diese Untersuchung machen, sei es jetzt der Urologe bei Prostata oder der Gastroenterologen, also der Magen-Darmarzt bei der Darmspiegelung, bei der Koloskopie, die werden dann dem Patienten schon sagen, in welchen Abständen er zu kommen hat. Das muss man sich dann einfach merken und man muss es nachvollziehen. Wir haben jetzt über diese zwei häufigsten Tumorarten gesprochen. Der dritthäufigste ist das Lungenkarzinom, der Lungenkrebs. Das ist ein Tumor, der relativ aggressiv wächst. Du hast mich vorhin gefragt nach den Aggressivitäten da beim Lungenkarzinom, wenngleich ich nun kein Pulmonologe bin. Aber kann man schon sagen, dass die Grundattitude dieses Tumors schon aggressiver ist als bei der Prostata, wo ich halt eben dadurch, dass ich eben diese nicht kleine Gruppe der langsam wachsenden Tumore habe, über alle Tumore dann doch ein eher langsam wachsendes Erscheinungsbild des Tumors habe. Das habe ich bei der Lunge nicht. Lungenkrebs ist aber ein Krebs, der überwiegend bei Rauchern vorkommt, sodass ich jetzt kategorisch nicht unbedingt jedem Patienten sagen würde, er muss auch eine Lungenkrebsvorsorge machen. Denn irgendwann muss man auch einen Cut machen und sagen, okay, wenn ich jetzt Darmkrebsvorsorge und wenn ich jetzt eine Prostata-Krebsvorsorge mache, dann habe ich im Prinzip 80 Prozent aller Krebsarten, die auftreten können, aufgrund ihrer Häufigkeit abgedeckt. Und alles andere ist dann tatsächlich Schicksal. Es gibt Gastroenterologen, es gibt Urologen, Pulmologen, Internisten, eine Reihe an Ärzten. Wenn ich jetzt mal die These aufstelle, ich gehe zum Internisten und Urologen, und das regelmäßig, ist das ausreichend? Weil Internisten sich ja auch mit Organen beschäftigen, sie haben die Möglichkeit, Blutbilder zu nehmen, genauso wie die Urologen. Oder würdest du sagen, es wäre ein weiterer Arzt auch noch wichtig zur regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung? Sieh es mal so, es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben verschiedene Erkrankungen, die häufig vorkommen und viele Krankheiten, die selten vorkommen. Und wenn man sich jetzt fragt, woran stirbt man, egal ob mit ein oder mit zwei N, dann beginnt es bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu gehören Herzinfarkt, Schlaganfall, bedingt vielleicht durch hohen Blutdruck, metabolisches Syndrom und so weiter und so fort. Also das ist so die häufigste Erkrankung, die zum Tode führt. Das sind etwa 300.000, 350.000 Menschen, die jährlich in Deutschland daran sterben. Und dann kommen die Krebserkrankungen, dicht gefolgt etwa 250.000, 290.000. Und das heißt also an allererster Stelle Herz-Kreislauf-System. Das heißt aber, das ist deine Verantwortlichkeit dafür zu sorgen, dass du eben regelmäßig dich bewegst, dass du eben keinen Bluthochdruck bekommst, dass du kein Übergewicht vielleicht hast. Und wenn du das befolgst, dann hast du den Killer Number One rausgenommen aus der Gleichung. Und dann kommen die Krebserkrankungen. Auch dafür wissen wir, gibt es Noxen, Rauchen zum Beispiel, nicht nur für Lungenkrebs, sondern auch für Blasenkrebs. Denn das Nikotin lagert sich nicht nur in der Lunge an, sondern wird über den Urin ausgeschieden, steht dann vielleicht drei oder vier Stunden in der Blase und kann somit auf die Schleimhaut einwirken und dann Karzinome entwickeln. Und Blasenkrebs ist kein schöner Krebs. Der ist manchmal früh zu entdecken, manchmal spät zu entdecken. Der ist nicht so gut zu behandeln wie andere Krebsarten. Von der Seite her also eigentlich nicht so gut, den zu bekommen. Und wie kann ich es vermeiden? Indem ich nicht rauche. Blasenkrebs ist ein Raucherkrebs. Das heißt, an Platz Nummer zwei haben wir die Krebserkrankungen. Platz Nummer drei sind die neurodegenerativen Erkrankungen. Auch da können wir nicht so viel machen. Wir wissen, regelmäßige Saunagänge oder Eisbaden zum Beispiel, da bist du ja der Experte, kann helfen, solche Dinge zu verhindern. Und da gibt es auch eine tolle finnische Studie über Sauna, die gezeigt hat, dass regelmäßige Saunagänge durch die Produktion gewisser Transport- oder Reinigungsproteine sorgt, dass das ganze Zeug, was sich ansammelt in den Gehirnzellen, abtransportiert wird. Also man kann da schon einiges machen. Und an vierter Stelle sind dann die Unfälle. Das ist auch wieder ein bisschen Schicksal. Und wenn du das beachtest, dann ist eigentlich jeder selber in der Lage, das Optimum zu tun, um so lange wie möglich zu leben. Oder um Erkrankungen, wenn sie dann passieren, rechtzeitig zu entdecken und dann auch im Idealfall behandeln zu können. Ich möchte jetzt als nächstes einmal auf die beiden Hauptkrebsursachen sprechen, die du auch gerade schon angesprochen hast. Zum einen Prostatakrebs. Ab dem 50. Lebensjahr sterben jährlich ca. 60.000 Menschen an Prostatakrebs. Erkrankungen, sorry, nicht sterben. Für all diejenigen, die nicht wissen, was die Prostata überhaupt ist, wir haben jetzt viele Organe auch genannt, kannst du das mal kurz erklären? Was ist die Prostata, wo sitzt sie und was für eine Funktion hat sie? Also die Prostata ist ein Organ, was in jungen Jahren die Größe eines Golfballs einer Kastanie hat. Und welches im Wesentlichen die Samenproduktion innehat. Also die Samenflüssigkeit, so wie wir sie kennen, besteht zu 80% aus Prostatasekret. Und dieses Sekret hat einiges an Nährstoffe und auch Fruktose, also Energiebereitstellung für die Spermien, die in den Hoden produziert werden. Das heißt also, wenn ein Mann einen Samenerguss hat, dann besteht es zu 80% aus Prostatasekret oder 90% und zu 10% aus Samenflüssigkeit, wo die reinen Samenzellen sind. Und dann, wenn man so will, ist das Prostatasekret so das Carrier-Sekret, wo die Samenzellen ja auch über einige Tage überleben können, dann zum Beispiel in der Frau und dann auch nach ein oder zwei Tagen eine Schwangerschaft sozusagen induzieren können. Das ist das, was das Prostatasekret macht. Und deine nächste Frage nehme ich jetzt mal vorweg. Was passiert, wenn man älter wird? Ich hätte eine andere gehabt, aber beantworte die mal erst. Das wollen natürlich viele der Zuhörer wissen. Denn wen interessiert die kleine Prostata beim 20-Jährigen? Ich möchte natürlich wissen, was passiert, wenn ich 60 oder 70 bin. Und sagen wir mal, ab dem 60. Lebensjahr hat jeder zweite oder dritte Mann eine leichte Vergrößerung der Prostata. Die wird dann bedingt durch die hormonellen Veränderungen, die wir haben. Auch das ist ja noch ein Punkt in der Männergesundheit. Hormonelle Veränderungen, Testosteron wird weniger produziert. Dadurch kommt es zu einem, ja, wenn man so will, Wachstum beziehungsweise Flüssigkeitsanlagerung in den kleinen Zellen der Prostata. Und die wird insgesamt dann größer. Und wenn die dann größer wird, dann kann die auf die Harnröhre drücken. Denn die Harnröhre läuft durch die Prostata durch. Und die wird dann dadurch eingedrückt, durch diese Masse, die entsteht. Und vielleicht, um mal eine Zahl zu nennen, also die normale Prostata beim jungen Mann hat ein Volumen von 20 Milliliter. Das geht dann über 30, 40 in den 50ern. Und die kann aber Größen bis zu 120 oder 200 Milliliter und in Einzelfälle vielleicht sogar Fällen sogar 300 Milliliter annehmen. Also das ist dann eine Krebsfrut, die dann da unten drin ist. Und dass das zu Abflussstörungen führen kann, und wir reden jetzt nicht über Prostata Krebs, sondern nur über die gutartige Vergrößerung. Das wäre meine Frage gewesen, ob das auch zu Krebs führen kann. Nein, also das ist auch ganz wichtig. Das ist kein Risikofaktor. Eine große Prostata führt nicht zu einem großen Risiko für Prostatakrebs. Das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Wir sehen tatsächlich einen genetischen Zusammenhang. Das heißt also, wenn der Vater Probleme mit dem Wasserlassen hatte, und viele wissen ja gar nicht genau, oder die Eltern haben es nicht erzählt, ob der Vater jetzt irgendwelche Probleme hatte. Und da hilft es immer so ein bisschen nachzuhaken. Und wenn der dann sagt so, ja, mein Vater hatte damals auch Probleme und er musste so oft aufs Klo und war dann in der Klinik und haben die irgendwas gemacht und so, dann weiß man schon, okay, das war die BPH, also die gutartige Prostata-Vergrößerung. Und dann muss man sagen, ja, mit ein bisschen Pech trifft sie es dann auch. Mit ein bisschen Pech, das Gleiche gilt leider auch für das Prostata-Karzinom. Auch da gibt es einen klaren familiären Zusammenhang. Und da sollte jeder alert sein und auch wissen, ob sein Vater vielleicht am Prostata-Krebs erkrankt war. Und die, bei denen das passiert ist, die sollten dann auf jeden Fall zur Vorsorge gehen. Um unangenehme Gespräche mit seinem Vater zu vermeiden, geht man am besten einfach zur regelmäßigen Vorsorge. Oder so. Oder so. Das würde ich zum Beispiel bevorzugen. Kannst du mal bitte schildern, warum Prostata-Krebs bei Männern der häufigste Krebs ist? Also wie kann es sein, dass gerade sich in diesem Organ Krebs bildet? Gute Frage. Also, ich sage immer, Prostata-Krebs ist im Prinzip der Brustkrebs der Frau. Das sehen wir im Prinzip auch, wenn wir uns die Fallzahlen, die Erkrankungszahlen anschauen, die ja so bei 65.000, 70.000 beim Prostata-Karzinom liegen. Und in etwa in gleicher Höhe bei der Frau. Nun können Kritiker sagen, naja, das kommt auch ein bisschen auf die Detektionsmethode an. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Detektionsmethoden, die wir für das Prostata-Karzinom haben, relativ gleich sind im Vergleich zu den Detektionsmethoden beim Mama-Karzinom, beim Brustkrebs, wenngleich die ganz anders sind. Also Prostata ist ja überwiegend eine Labordiagnostik, gepaart mit MRT, der Prostata. Bei der Frau ist es eine Tastdiagnostik, eine radiologische Diagnostik mit der Mammographie oder einer Mama-MRT, also einem Brust-MRT. Wenn wir uns das als gleich ansehen, und die gleichen Fallzahlen haben, dann muss man sagen, okay, was passiert im menschlichen Körper bei Mann und Frau, wenn sie älter werden? Und dann muss man ganz klar sagen, hormonelle Veränderungen. Und diese hormonellen Veränderungen, die können dazu führen, dass gewisse Mechanismen innerhalb der Zelle außer Kontrolle geraten, die dann zu einem Wachstum führen. Ich meine, das wird sehr schnell, sehr kompliziert, wenn man sich anschaut, dass quasi der Körper mehr oder weniger täglich Millionen von Krebszellen bildet, aber das Immunsystem in der Lage ist, diese Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Das ist ja sozusagen der große Effekt, den zum Beispiel regelmäßige körperliche Bewegungen hat. Das ist ja nichts anderes als eine Aktivierung des Immunsystems, weil Sport setzt den Körper unter Stress. Somit ist der Alert. Und im Zustand dieses Alert-Seins erkennt der besser Krebszellen und macht die kaputt. Du hast gerade von Hormonen gesprochen und auch die Relation Hormone und eventuell Krebserkrankungen später. Wäre es da nicht sinnvoll, ab einem gewissen Alter auch Hormonbestimmungen zu machen? Und ich habe gehört, das soll nämlich sehr, sehr teuer sein. Aber würde das helfen? Weil wir alle verändern uns und Hormone verändern sich. Du hast eben Testosteron angesprochen. Darüber werden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer sprechen. Wäre das sinnvoll? Leider nein. Denn, und ich habe das in einem Nebensatz schon gesagt, es ist kompliziert, es ist komplex. Es ist nicht so einfach, leider, dass man sagt, okay, Männer, und da gibt es auch Studien zu, die jetzt, sagen wir mal, einen hohen Testosteronwert haben, haben vielleicht einen Schutz, kriegen seltener einen Prostatakrebs. Und die, die ein niedriges Prostatakarzinotestosteronwert haben, oder gar Eunuchen, kriegen zum Beispiel nie Prostatakrebs. So ist es nicht. Denn es gibt in dieser ganzen Kaskade der Generierung, der Genese von Krebszellen noch viele andere Unterpunkte, andere Gene, die aktiviert oder deaktiviert werden, die gar nicht so viel mit Testosteron zu tun haben. Sodass es zwar richtig und wichtig ist, einen eventuell guten, zum Beispiel, Testosteronspiegel zu haben. Aber dass das jetzt das Zünglein an der Waage ist, wenn es darum geht, Prostatakrebs zu vermeiden oder zu verhindern, ist leider nicht der Fall. Abschließend zur Prostata. Was sind aus deiner Sicht gängige Anzeichen oder auch Warnsignale? Jetzt gar nicht unbedingt für die vergrößerte Prostata, das haben wir auch gerade schon gehört. Aber was Krebs betrifft. Und vor allem, ab welchem Anzeichen sollte man, wenn man nicht zur regelmäßigen Vorsorge geht, spätestens zum Arzt? Ja, also das wichtigste Warnsignal für Prostatakrebs ist, es gibt keins. Du merkst es nicht. Wenn das Prostatakarzinom wächst, dann ist es in der Zone, ich hatte eben gesagt, die Harnröhre geht durch die Prostata durch. Der Prostatakrebs wächst meistens 80% der Fälle in der sogenannten Peripheren Zone. Das ist die Außenzone. Da ist überhaupt kein Kontakt zur Harnröhre. Du merkst es einfach nicht. Und wir haben mittlerweile gelernt, dass es wichtig ist, erstens früh ein Prostatakarzinom zu erkennen und zweitens seinen Aggressionscharakter zu identifizieren. Und das kriegen wir halt nur hin, wenn es so früh wie möglich ist. Weil wenn es ein aggressives Karzinom ist und ich detektiere das zu spät, und zu spät heißt dann, wenn es zum Beispiel in Richtung Harnröhre wächst, wenn du Blut im Urin hast und so weiter und so fort, dann kann man nichts mehr machen. Weil zur gleichen Zeit, wo das vor Ort wächst und sich reinfrisst und zu einer Blutung führt, hat es halt schon längst metastasiert. Und dann laufen wir nur noch dem Zug hinterher. Aber würde bei einer aggressiven Form einmal im Jahr Vorsorge reichen? Richtig. Also einmal im Jahr reicht vollkommen aus. Man soll jetzt auch nicht in so eine Krebshysterie verfallen und ganz häufig das kontrollieren. Wir wissen, es ist ein häufiger Krebs. Wir wissen auch, er macht keine Symptome im Frühstadium. Und genau da wollen wir ihn finden. Das heißt per se regelmäßig einmal im Jahr. Oder, und auch da gibt es neuerdings ganz gute Daten zu, wenn du zum Beispiel exzellente Werte hast, dann reicht es zumindest in einem gewissen frühen, Alter, also sagen wir so 45 bis 50 oder 55, das nur alle zwei Jahre zu machen. Aber dann musst du auch am Ball bleiben und dich daran erinnern, in welchem Jahr warst du zur Vorsorge. Denkst du ja noch zum frühen Alter, habe ich gerade erfahren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen. Kommen wir vom Prostatakrebs zum Rodenkrebs. Rodenkrebs kommt in der Regel früher vor. Das ist etwas, was ich vorher auch so noch nicht wusste. Woran liegt das? Weil ich würde jetzt sagen, so als Laie, Krebs hat eher die Wahrscheinlichkeit zu wachsen mit fortgeschrittenem Alter. Aber warum ist das beim Rodenkrebs anders? Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Rodenkrebszellen ja Zellen sind, die in der Phase, in der der am häufigsten auftritt, auch so mehr oder weniger ihre Hochphase haben. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass so in den 30ern viele Patienten Kinderwunsch haben. Das heißt also, zwischen 20 und 40 produzieren die Hoden unendlich viele Samenzellen, weil da ist der Mensch auf Fortpflanzungen getrimmt. Und im Zuge dessen, jetzt um es mal einfach zu formulieren, geht was schief. Und es kommt zur Bildung von Krebszellen. Natürlich ist es so, dass der erste Schritt zur Krebsentstehung häufig in viel, viel früheren Phasen der Entwicklung passiert. Sprich also in der Kleinstkindphase. Da werden also schon gewisse Weichen gestellt, die dann später nach Eintritt in der Pubertät, dann kommt das Testosteron und so weiter, dann sozusagen rauskommen. Und dann gibt es noch ein paar Risikofaktoren, von denen der eine oder andere vielleicht schon gehört hat. Also zum Beispiel ein Leistenhoden, der lange unentdeckt blieb, kann ein Risikofaktor für Hodenkrebs sein. Und wenn dann alles zusammenkommt, kommt es dann eben zur Bildung von einem Knoten. Es beginnt immer mit einem Knoten. Es ist immer eine Ansammlung von Zellen. Ganz egal, ob das jetzt in der Prostata ist oder im Hoden selber. Du hast immer einen Knoten da, der dann halt getastet wird bei der Prostata. Schwierig, da macht es der Urologe. Aber im Hoden kann man das natürlich sehr gut selber tasten. Zuletzt gab es häufiger Fälle auch bei Fußball-Bundesligaspielern, die an Hodenkrebs erkrankt sind. Und klar, du hast gerade gesagt, dass Krebs auch dann entsteht, gerade in dieser Hocharbeitungsphase, sage ich mal. Und in jüngeren Jahren ist man in der Regel auch Fußballprofi. Das würde dementsprechend passen. Aber man hat ja ganz lange Zeit in diesem Bereich nichts gehört. Was glaubst du, ist das eher ein Zufall gewesen, dass es jetzt zuletzt häufiger Bundesligaspieler oder Fußballprofis getroffen hat? Oder hat es vielleicht auch sogar ein bisschen mit Trainingsmethoden zu tun? Also ich meine, vielleicht weißt du jetzt nicht genau über die Entwicklung der Trainingsmethoden, aber was ist dein Ansatz da? Also gute Frage. Kann ich verstehen, dass du mir sie so stellst bei deinem Hintergrund. Aber man muss sagen, dass da, das ist wirklich Zufall, dass da es ausgerechnet zwei Junge, also dass es junge Männer waren, ist klar, weil wenn, dann trifft es nur junge Männer. Und das Zweite ist, dass das halt eben eine Patientengruppe ist oder eine Menschengruppe, die im Fokus steht. Dadurch, dass es halt Fußballspieler sind, die in der Öffentlichkeit sind, so ist dann die Wahrnehmung entstanden. Jetzt haben wir ein Thema mit dem Hodenkrebs, aber das ist uns allen klar. Also wir haben, wenn wir Hodenkrebspatienten sehen, sehen wir immer junge Männer. Und ich habe auch mal, um das ein bisschen plastischer zu machen, mir mal das, also ausgerechnet, wie ist es in der Berliner Bevölkerung, die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mann in dieser Altersgruppe, vorausgesetzt, wir haben eine Summe X von Berlinern in dem Alter, Hodenkrebs pro Jahr entwickelt, liegt so etwa, also jeder 2000ste, jeder 2000ste junge Mann, der hier in Berlin rumläuft, entwickelt in einem Jahr Hodenkrebs. Also du siehst, das war echt ein Riesenzufall, dass das innerhalb von einem Jahr jetzt gleich zwei getroffen hat. Einer der prominentesten Sportler, oder der an Hodenkrebs erkrankt, ist Lenz Armstrong, der Radfahrer. Das Lenz Armstrong ist mit Sicherheit für sehr, sehr viele da draußen noch ein Begriff. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch das Fahrradfahren war, weil dieses, diese, diese Radrennfahrer, ich schaue gerade auf Netflix auch eine Dokumentation über die Tour de France und es ist ja unfassbar, wie viel Zeit sie im Sattel verbringen. Siehst du da irgendwo eine Überschneidung oder war das bei ihm auch am Ende entweder Genetik oder einfach auch Zufall? Ja, jetzt sprichst du mich direkt an, weil ich ja auch Fahrradfahrer bin und mich natürlich sowohl mit der Akte Armstrong aus hobbytechnischer Sicht, aber auch aus berufstechnischer Sicht viel beschäftigt habe. Ich glaube nicht, dass das Fahrradfahren einen Hodenkrebs macht. Jetzt könnte man sagen, durch die Hosen, Überwärmung etc., aber ich glaube nicht, dass das ein Risikofaktor ist, der ausreichend genug ist, um da Hodenkrebs zu induzieren. So viele Hodenkrebsfälle hatten wir jetzt auch in der Fahrradfahrer, Rennfahrer-Community nicht, dass ich da einen Zusammenhang sehe. Tatsächlich ist es so, das wissen die wenigsten, dass Fahrradfahren ein hohes Risiko hat, um Harnröhrenstrukturen zu kriegen. Woran liegt es? Die Radfahrer, als Radfahrer sitzt man ja doch immer auf seinem Sitzbeinknochen und die Harnröhre beim Mann, die geht ja einmal so in den Damm und macht dann einen Knick. Und an dieser Knickstelle, da sitzt man eigentlich oder auf dieser Knickstelle und dadurch unterliegt die Harnröhre an dieser Stelle immer deutlichen Scherkräften. Also wenn ich jetzt Angst hätte, dass mir als Fahrradfahrer irgendwas droht, dann wäre das nicht der Hodenkrebs, sondern vielmehr eine Harnröhrenstruktur, also eine Einengung der Harnröhre, die allerdings jetzt bei einem Amateur- und Hobbyfahrer wie mir nicht relevant ist, allerdings bei Rennradprofis durchaus ein Thema ist, was der behandelnde Arzt dann im Hinterkopf hatten sollte, wenn der Patient entsprechende Symptome entwickelt. Ist Hodenkrebs ein Krebs, den man auch selber ertasten kann? Weil ich habe mal gelesen, dass es Verhärtung oder auch Verknotung im Hoden dann sozusagen gibt oder auftreten. Und wenn man jetzt halt nicht so der große Freund von Vorsorgeuntersuchung ist und sich denkt, ich taste jetzt einfach mal selber, schafft man das überhaupt oder ist es irgendwie auch Humbug? Nein, also das ist absolut machbar. Und ich kann nur jeden jungen Mann zwischen 20 und 40, genauso auch jeden etwas älteren Mann um die 50 ermutigen, ab und zu mal seine Hoden in die Hand zu nehmen und die zu tasten, denn das kann man sehr gut selber tasten. Das wird auch praktiziert und es vergeht keine Woche im Alltag eines Urologen oder auch des Allgemeinmediziners, wo man nicht einen aufgeregten jungen Mann, was ich in der Praxis hat, der jetzt denkt, er hätte Hodenkrebs, erfreulicherweise, bei der geringen Fallzahl ist es dann seltenst so, dass da ein Patient wirklich Hodenkrebs hat. Man kann ihn sehr gut tasten. Und was du da tastest, ist einfach manchmal eine erbsenartige Verhärtung oder ein Reiskornartige Veränderung am Hoden. Und sobald das auftaucht und von mir aus man das beobachtet und nach zwei bis vier Wochen das nicht weggeht, sollte man zum Urologen gehen. Und dann muss man sagen, ist das auch eine sehr einfache Diagnostik, die nicht so komplex ist, wie zum Beispiel beim Prostata-Karzinom, die einem dann die Möglichkeit gibt, klar zu sagen, das ist jetzt was Gut- oder was Bösartiges und das muss dann auch gleich behandelt werden und ist auch sehr gut zu behandeln und zu heilen. Du hast eben beim Radfahren über Wärmebildung gesprochen als möglichen Booster für Krebserkrankungen. Ich frage mich jetzt, wie ist das beim Autofahren? Also ich habe ganz gerne früher mal die Sitzheizung angemacht im Winter und dann habe ich irgendwann auch mal gelesen, dass Sitzheizung nicht gut für die Hoden- beziehungsweise auch für die Spermienbildung sei. Ist das ein Mythos oder würdest du zustimmen? Nein, also es ist tatsächlich so, dass Wärme nicht gut ist für die Spermienbildung. Ich würde nicht unterschreiben, dass diese Wärme ein Risikofaktor für Krebs ist, aber es ist auf jeden Fall so und wir sehen es ja auch bei bestimmten Erkrankungen, es reichen eine Temperaturerhöhung von 0,3 Grad im Hodensack, um die Spermienbildung schon deutlich einzuschränken. Das reicht, es gibt eine Erkrankung, die Krampfader des Hodens, das führt dazu, dass du so eine Art Venengeflecht um den Hoden hast. Das ist also ein selbstgemachtes Thema, also angeborene Veränderung. Und das reicht schon aus, um die Qualität der Spermien auf dieser Seite im Hoden deutlich zu reduzieren und deswegen auch behandlungsnötig zu machen. Was ist bei regelmäßigen Saunagängen jetzt mit sehr hohen Temperaturen oder hat das keine Auswirkungen? Nein, also da braucht man keine Angst zu haben. Weg von den Krebsarten, es gibt mit Sicherheit noch andere, über die man sprechen könnte. Ich möchte jetzt aber zu einem Thema kommen, über das Männer ganz bestimmt nicht so gerne sprechen, und zwar die Erektildysfunktion. Und eine dieser Dysfunktionen ist zum Beispiel die Erektionsstörung. So, und da frage ich mich, ab wann spricht man überhaupt von einer Erektionsstörung? Weil es kann ja schon mal sein, dass, ob man jetzt gesund ist oder nicht, auch in jungen Jahren, dass man eben jetzt auch mal eine schlechte Phase hat, sage ich mal. Also ab wann ist das ein Krankheitsbild? Im Prinzip muss man sagen, ist es dann ein Krankheitsbild, wenn es für dich als Betroffener unangenehm ist. Beziehungsweise meistens gehören ja auch doch zwei dazu für beide. Und das ist relativ. Und ich meine, das ist ja auch eine der Facetten, warum die Urologie vielleicht auch ein Fach ist, wo man immer so ein kleines Augenzwinkern mit dabei hat, weil es natürlich Themenbereiche gibt und die Bandbreite von was ist Erektionsstörung, ist natürlich wahnsinnig weit, was für den einen eine Katastrophe ist, für den anderen ein Alltag, mehr oder weniger. Also das kommt ein bisschen drauf an. Grundsätzlich ist es aber so, dass, und das finde ich eigentlich das Wichtigste, wenn wir jetzt sagen, da ist ein Patient, der repetitiv immer wieder Erektionsstörungen hat und die ihn dann auch zum Urologen bringen, dass man sagt, okay, was ist das äußere Umfeld, was bietet der Patient? Also es gibt ja eine mannigfaltige Zahl von Ursachen, die Erektionsstörungen machen können. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Generationswechsel, die Leute sind schon offener, dass sie mit dem Thema reden. Warum soll man auch nicht darüber reden, wenn es einen betrifft und stört, vielleicht im Liebesleben? Das hat ja auch einen Einfluss auf die Partnerschaft bisweilen oder vielleicht sehr oft. Und da ist das allererste Mal der Gang zum Arzt, zweitens, dass er auch den Patienten ernst nimmt dabei und dass man schon guckt, okay, woher kommt das? Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch ein junger Student als Viagra damals auf den Markt kam. Das war natürlich ein Mega-Boom. Bis dahin war die Therapie der Erektionsstörung brachial mit Spritzen oder Prothesen und entsprechend das Thema auch am Rande ein Tabuthema. Mittlerweile redet man offen darüber, sogar in Podcasts. Und die Therapiemöglichkeiten, die medikamentöse Therapie ist jedem über Internet, Apotheken zugänglich. Aber wichtig ist, dass man einfach guckt, okay, woher kommt das? Und manchmal sind die Sachen vollkommen klar, also zum Beispiel, wenn ich einen Patienten habe ab einem gewissen Alter, sagen wir mal, Mitte 50, mit einem schweren metabolischen Syndrom, der einen Bluthochdruck hat, der ein Übergewicht hat, der einen Zucker hat, da kann ich nur sagen, also da helfen keine Pillen, das ist ganz klar. Überleg doch, wie soll in diesen Penis irgendwie Blut rein, wenn drumherum so viel Masse ist und das ist überhaupt kein Vorwurf an die Person, das ist einfach nur, verstehen, warum es so ist. Also oftmals hilft das Verständnis, dass die Leute realisieren, okay, ich habe mich im Laufe der Jahre dahin gebracht und der Weg zurück, sprich also der Weg zu einer Erektion hin, führt tatsächlich nur darum, dass ich all diese Sachen, die ich jetzt eben angesprochen habe, reduziere, dass ich Gewicht reduziere, dass ich sorge dafür, dass ich meinen Blutdruck in den Griff bekomme, dass mein Zucker wieder verschwindet, dadurch, dass ich halt vielleicht Gewicht reduziere, die Bauchspeicheldrüse entlaste und so weiter und so fort. Also Verständnis für die Krankheit, das ist ein wesentlicher Punkt dabei. Das sind jetzt so Punkte gewesen, die du angesprochen hast, die mit der physischen Komponente zusammenhängen. Dann gibt es natürlich auch noch eine psychische Komponente, also Partnerschaft, ist man noch zufrieden, findet man seinen Partner noch attraktiv. Wie ist da so die Relation zwischen der mechanischen Seite, sage ich mal, und der Kopfseite? Ich kann jetzt natürlich nur als Urologe sprechen, als Arzt, der seit vielen Jahren mit diesem Thema sich auseinandersetzt und der natürlich auch so ein bisschen die Hintergründe kennt, die Datenlage. Und ich kann so grob sagen, dass gerade, weil du das angesprochen hast, so die psychische Komponente, das ist ein Themenbereich, den häufig jüngere Männer haben. Meist ist es ja so, jüngere Männer haben ja selten jetzt schon so ein großes Übergewicht, haben selten jetzt schon Bluthochdruck. Und da ist natürlich die psychische Komponente ein wesentlicher Faktor. Die sind natürlich vielleicht durch die allgegenwärtige Pornografie oder durch den Leistungsbewusstsein so gepusht, dass die unbedingt performen müssen und setzen sich dadurch so unter Stress, dass eben der Stress, und wir haben im Körper ja das vegetative Nervensystem bestehend aus dem Sympathikus, aus dem Stressnerv und dem Parasympathikus, dem Ruhenerv, dass die halt so wahnsinnig unter Stress stehen, dass der Sympathikus so stark ist, dass der die Blutgefäße im Penis klein hält. Das hat ein bisschen was mit der Vorgeschichte der Menschen zu tun. Wenn wir unter Stress stehen, dann wollen wir natürlich Blut überall reinpumpen, wo wir es brauchen, damit wir schnell rennen. Sei es jetzt, weil wir das Mammut erlegen wollen oder vor dem... Wir brauchen keine Erektion, wenn wir das Mammut jagen. Also von der Seite her hat der Körper das schon bewusst so koordiniert. Wir wollen aber die Erektion dann haben, wenn wir in der Höhle sind, weil dann essen wir und wollen uns fortpflanzen. Und der moderne Mann rennt quasi permanent dem Mammut hinterher, statt in der Höhle zu sein, wo er eigentlich sein sollte und dadurch hat er keine Erektion. Wenn sonst alles ganz gut funktioniert, später, wenn wir dann älter werden, dann ist das nicht mehr ganz so relevant, wobei es gibt so eine Zwischenphase, wo Männer so zwischen 40 und 60 sind, weil die dann häufig beruflich sehr viel Stress haben. Die müssen jetzt vielleicht nicht mehr so performen als Opfer der Werbeindustrie, wenn man so will, aber die haben halt viel um die Ohren und dann hast du halt einfach Stress und dann geht es natürlich auch nicht. Trotzdem kann ich jetzt einem Mann, der eine starke Erektionsstörung hat, nicht empfehlen, jetzt machen sie einmal auf dem Dach eine Meditationsübung, dann wird das schon wieder mit den Erektionen. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken, was Sache ist. Dann kommen natürlich neben den metabolischen Faktoren auch dann noch das Thema Testosteron, also hormonelle Störungen rein und später, wenn man dann 60 oder 70 sind, dann ist es einfach das Alter und das ist auch was, was ganz wichtig ist für Patienten zu verstehen, dass die Erektionsstörung und wir sprechen ja jetzt gerade über Erektionsstörung, ein typischer Effekt ist, der im Alter vorkommt. Du wirst, wenn du älter wirst, Ausnahmen bestätigen, meinetwegen die Regel, du wirst eine schwächere Erektion haben und das zu verstehen, einfach in den Spiegel zu gucken, sagen, ja, ich habe graue Haare, weil ich älter werde und ja, meine Erektion ist nicht mehr so hart wie mit 20, weil ich älter werde, das ist ganz entscheidend und das ist wahrscheinlich das Wesentliche, was ich versuche, meinen Patienten zu übermitteln, dass die einfach eine gewisse Lockerheit an den Tag legen und wissen, ich muss jetzt nicht mehr so sein wie mit 20, es ist okay, klar, mit gewissen Abstrichen, ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren, aber man muss auch realistisch sein bei dem Ganzen. Wie machen das denn die ganzen 70- oder 75-Jährigen, die mit einer 20-Jährigen zusammen sind? Also das ist ja eine unglaubliche Disbalance. Erkenne den Fehler, kann ich da nur sagen. Aber gibt es, also du hast gerade davon gesprochen, dass die Erektion im fortgeschrittenen Alter nachlässt, aber wird sie auch irgendwann mal komplett ausbleiben? Im Normalfall? Das weiß man nicht genau. Also die Urologie oder Andrologie teilt tatsächlich die Erektion in mehr oder weniger 5 Grade ein und da ist der Grad E0 der, dass quasi kein Blut mehr so stark reinfließt, dass du eine Erektion hast. Und ab Grad E2, sagt man, man kann auch nicht mehr penetrieren. Also wenn der Penis dann nur noch eine Volumenzunahme hat, aber der im Prinzip wie so ein wabbeliger Schwamm ist, den du nirgendwo mal reinstecken kannst, dann ist das halt eben so. Und natürlich gibt es Patienten ab einem gewissen Alter, die das haben, aber für die ist dann das Thema häufig auch Sexualität schon in Jahren davor ad acta gelegt worden. Und das betrifft die dann auch nicht mehr so. Du hast eben Testosteron angesprochen und die Auswirkungen von veränderten Hormonen im Körper. Bevor wir jetzt so ein bisschen auf die Hormone eingehen, kannst du uns einmal kurz erklären, was ist Testosteron überhaupt und warum ist es überhaupt wichtig? Testosteron ist ein Sexualhormon, was bei der sexuellen Differenzierung wichtig ist. Das wird also schon im Embryo zu einer gewissen Zeit gebildet und sorgt dann dafür, unter Einfluss auch im Gleichgewicht zum Beispiel mit Östrogen und anderen Faktoren, dass es zur sexuellen Differenzierung kommt. Das heißt, es gibt gewisse Peaks, in denen Testosteron vermehrt gebildet wird im Verlauf eines Lebens und auch dann wiederum Phasen, in denen Testosteron weniger produziert wird. Man kann sagen, dass in etwa die höchste Testosteronproduktion, also wir haben einmal so einen Peak im Embryonal, in der Embryonalphase, dann haben wir zu Pubertät natürlich einen Testosteron-Peak, wo dann eben die Reifung zur Männlichkeit stattfindet und dann hält sich das auf einem gewissen Niveau und so ab 40, Mitte 40, fängt es dann langsam an, weniger zu werden und da haben wir natürlich Unterschiede von Mann zu Mann. In manchen Männern geht es relativ schnell, bei anderen Männern geht es nicht so schnell und das hat auch ganz unterschiedliche Folgen. Also das heißt, es gibt Männer, die haben niedrige Testosteronwerte, wo du denken würdest, die haben auf jeden Fall Symptome und dann geht es gut und andere, die vielleicht nur eine Nuance von Erniedrigung des Wertes haben und die leiden halt stark drunter. Da muss man ein bisschen gucken. Aber da gibt es wahrscheinlich ja auch keinen Mittelwert, weil das ist ja wahrscheinlich auch so wie im allgemeinen Blutbild, jeder hat ja auch unterschiedliche Maßstäbe. Also ich habe zum Beispiel immer einen relativ hohen CK-Wert schon gehabt, dementsprechend die Harnsäure auch immer ein bisschen höher und das habe ich seit 20 oder 30 Jahren. Also das ist ein Thema, was ich schon immer gehabt habe. Die anderen haben Bluthochdruck, also jeder ist unterschiedlich, kann es dementsprechend auch sein, dass der eine vielleicht eine allgemein niedrigere Schwelle Testosteron hat und der andere hat halt immer oben. Total. Deswegen ist ja diese Mittelung der Werte immer sehr schwierig und was wir natürlich auch nicht wissen können ist, wie sieht es aus mit dem Androgenrezeptor, also dem Testosteronrezeptor. Wir können zwar messen, wie viel Testosteron im Körper schwimmt, es kommt auch noch mal ein bisschen darauf an, wie das Verhältnis ist von dem Testosteron und dem Transportprotein des Testosterons, aber wir wissen nicht genau, wie ist die Rezeptorverteilung. Vielleicht hast du auf deinem, wie wir sagen, Erfolgsorgan, ganz egal, ob das jetzt irgendwo im Gehirn ist, wo die Libido sozusagen aktiviert wird, unter anderem durch Testosteron oder im Penis, wo das Testosteron auch eine Funktion hat, die Blutgefäße zu erweitern. Also, wenn da eine hohe Zahl von Rezeptoren ist, Stichwort Schlüssel, Schlüsselloch, dann brauchst du natürlich wenig Schlüssel, die halt schnell die ganzen Schlüssellöcher bedienen können, um die aufzuschließen, aber wenn du ganz viele Schlüssel hast, aber du hast nur ganz wenige Schlüssellöcher, dann passiert natürlich nicht viel. Also, das können wir nicht so gut messen und aus diesem Grunde ist es immer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn über Testosteron, Testosteronmangel oder auch über Testosteronersatztherapie gesprochen wird. Gehört die Testosteronmessung zum allgemeinen Blutbild bei urologischen Untersuchungen, also bei Abnahme von Blut? Oder muss man das extra anfragen? Bei mir schon, ich weise den Patienten darauf hin oder frage ihn danach, aber viele sollten also extra anfragen beziehungsweise der Urologe sollte die Patienten zumindest nach Symptomen fragen und wenn überhaupt keine Symptome vorliegen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass da auch ein Testosteronmangel vorliegt. Es kommt ein bisschen darauf an, auch was der Patient wissen möchte. Also wenn der natürlich ein komplettes Bild haben möchte und wissen will, was ist mit meinem Körper los, dann muss man auch einen Testosteronwert bestimmen, aber um ein Beispiel zu geben, ich würde jetzt bei einem 30-jährigen Mann, der überhaupt keine Symptome hat, wo ich ja auch von ausgehe, dass der einen guten Testosteronwert hat, nicht unbedingt einen Testosteronwert bestimmen, aber beim 55-jährigen Mann vielleicht dann doch. Wie wichtig ist es, dass wenn man einen niedrigen Testosteronspiegel hat, wobei die Frage muss ich anders stellen, weil wenn ich weiß, ich habe einen niedrigen Testosteronspiegel, dann war ich bei der Vorsorge, weil ich kann mir nicht selber das Blut abnehmen und das analysieren. Ich kenne aber jemanden zum Beispiel, gerade in Amerika, der supplementiert über irgendwelche pharmazeutischen Zusätze Testosteron, macht das aber ohne Begleitung eines Arztes. Ist das gefährlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ungefährlich ist. Naja, also ich würde mich dann natürlich fragen wollen, was ist die Markerläsion? Das heißt, was ist dasjenige, was ihn stört? Hat er das Gefühl, hat er irgendwelche Testosteronmangelsymptome? Also ist er dadurch aufmerksam geworden, dass der Wert nieder ist und was will er verbessern durch diese Erhöhung des Testosterons? Es ist auch relativ schwierig, mit Produkten, die jetzt nicht den Namen Testosteron tragen, seinen Testosteronwert hochzubringen. Man kann Vorläufer, Hormone nehmen, das sind so Supplements tatsächlich, die es gibt und die können eventuell dann dazu führen, dass der Testosteronwert wieder ansteigt. Aber wenn ich jetzt keine typischen Symptome habe, dann würde ich einen Patienten mit einem niedrigen Testosteronwert auch mit seinem niedrigen Testosteronwert rumlaufen lassen, ohne das jetzt künstlich irgendwie zu manipulieren. Jetzt war deine Frage noch, ob das gefährlich ist. Ja, es kann mitunter gefährlich sein, wenn es nicht ärztlich kontrolliert gemacht wird aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal, wenn wir jetzt mal das Doping beiseite lassen, ist es so, dass man vor jeder Testosterontherapie überprüfen sollte, ob ein Prostatakarzinom vorliegt. Es ist falsch, auch das wird immer wieder geschrieben und das ist auch viel in den Köpfen der Patienten, dass Testosteron Prostatakrebs macht. Das ist nicht der Fall. Da gibt es Studien, die haben das eindeutig bewiesen. Gab es auch mal eine große Diskussion, weil eine Studie falsch aufgelegt wurde und das dann entsprechend propagiert hat. Aber Testosteron macht keinen Prostatakrebs. Allerdings, wenn du ein Prostatakarzinom hast, was nicht entdeckt ist, bisher, weil du vielleicht nicht so vorlos Sorge gegangen bist, und du dann Testosteron nimmst, dann triggert dieses Testosteron in vielen Fällen das Wachstum, bringt also den Krebs schneller zum Wachsen. Das ist ein Fakt. Anders ist es noch, wenn ich das noch sagen darf, beim Doping. Da werden ja subnormal, supranormal hohe Dosen Testosteron verabreicht. Mal so als Beispiel, also du würdest als Urologe, Androloge, einem Patienten in der Substitutionstherapie alle drei Wochen eine Injektion geben. Klassisch, 250 Milligramm Testosteron. So, wenn jetzt die Jungs beim Pumpen das nehmen, um da entsprechend aufzubauen, dann nehmen die in einer Woche drei, also in drei Wochen eins versus in einer Woche drei Injektionen. Da sieht man mal, was das macht und die Folge, wenn man so viel exzessiv Testosteron gibt, die ist natürlich vielfältig. Also klar, das sind dann meistens junge Männer, die jetzt nicht unbedingt ein Prostolakarzinom haben, aber durch das hohe Testosteron kommt es zu Östrogenbildung, die gegen Brüste, da müssen sie Östrogenblocker nehmen, damit die Brustbildung reduziert wird, dann wird die Leber geschädigt. Die Hoden, sowieso, die kannst du dann vergessen, die werden so groß wie Haselnüsse. Ja, das ist wirklich so, weil das sagt man ja immer bei den Bodybuildern. Na klar, und ich meine, entsprechend sieht auch dann die Libido aus, also frag mal die Frauen von den Bodybuildern und auch die Reproduktion ist natürlich dann hinüber, solange sie das machen. Klar, das Ganze ist auch wieder in gewisser Weise reversibel, wenn die dann rechtzeitig aushören, aber deine Frage war ja, ist es schädlich und meine Antwort ist ja, also wie immer, die Dosis macht das Gift. Wenn man jetzt einen relativ niedrigen Testosteronwert hat für seine Verhältnisse, gibt es auch natürliche Wege, wie man das Testosteron oder den Testosteronlevel wieder steigern kann? Werde ich häufig gefragt, die Antwort ist, nicht wirklich. Es geht eher so über Umwege, das heißt, ich hatte vorhin schon gesagt, du musst halt wirklich gucken, ist es der Testosteronwert alleine, der nieder ist, sind es irgendwie noch zusätzlich, es gibt ja noch die Gehirnhormone, die sagen wir mal, die Testosteronproduktion, kontrollieren und wenn die normal sind und ein Patient hat ein niedriges Testosteron, dann ist das so, dann ist der Körper vollkommen in Ordnung auch mit dem niedrigen Testosteron, weil er vielleicht, wir haben vorhin drüber gesprochen, genug Rezeptoren hat und dann braucht man an diesem System, was bisher gut funktionierte, vielleicht gar nichts machen. Ansonsten gibt es Supplements, die so all die, die Grundsubstanz des Testosteron vielleicht ergänzend zugeführt werden können, auf das ein bisschen mehr Testosteron gebildet wird und dann muss man natürlich gucken, gibt es vielleicht Faktoren, die der Patient schon mitbringt, also zum Beispiel, hat er Übergewicht, hat er viel viscerales Fett, hat er viel Bauchfett, Subkutan, das Testosteron hängt dann sozusagen da im Fett drin, gibt es irgendwie vielleicht ein Vitamin-D-Defizit, auch Vitamin-D kann eine Rolle spielen bei der Testosteronproduktion, das sind alles Dinge, die viel mehr im Vordergrund stehen, als dass man jetzt mit irgendeiner Wurzel oder irgendeinem Produkt jetzt über Umwege seinen Testosteronwert hochbringt. Wie verhält es sich beim Krafttraining? Weil ich habe irgendwann mal gehört, dass wenn man regelmäßig auch schweres Krafttraining macht, dass es auch den Testosteronspiegel beeinflusst, aber wahrscheinlich auch eine Ente. Ja, also kann ich es so nicht unterschreiben. Tatsächlich habe ich mal über eine Studie gelesen, die mit einer relativ geringen Fallzahl gemacht wurde, wo man gemutmaßt hat, dass der Sport dazu beigetragen hat, aber das ist so eine Denke, du denkst, wenn ich jetzt so typisch männliche Übungen mache oder Krafttraining, wo ich Muskel kriege, dann steigt auch der Testosteronwert. Im Gegenteil, wenn ich viel trainiere und das sehen wir ja auch bei Leistungssportlern, Hochleistungssportlern, wo die massiv im Stress sind, die halt ganz hohe Cortisolspiegel haben, dann, und das sehe ich auch zum Beispiel manchmal bei Rennradfahrern, weil ich den einen oder anderen betreue, die haben tatsächlich Probleme, überhaupt aus diesem Stress rauszukommen und die haben eher niedrige Testosteronwerte. Also das ist gar nicht so sehr gesehen. Cortisol hat auch einen Einfluss darauf, also ständiger Stress. Genau, hat so einen antagonistischen Effekt aufs Testosteron, ja. Bevor wir gleich noch über den Sport sprechen und auch über die Wichtigkeit des Sports und auch ein bisschen die Brücke schlagen zu dir, was du denn so machst in deiner Freizeit, nochmal abschließend die Frage, habe ich irgendetwas an Krankheitsbildern oder Krankheiten vergessen, über die wir noch nicht gesprochen haben, die vielleicht auch oftmals übersehen werden, aber auch eine schwerwiegende Wirkung haben zum Beispiel. Wir haben jetzt über Prostatakrebs gesprochen, Hodenkrebs, wir haben über Erektile Dysfunktion gesprochen. Habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Also wir haben uns ja beide sehr auf diesen Podcast vorbereitet, um mehr oder weniger alle Themen abzudecken und gerade wenn jetzt ja auch, wie eingangs schon gesagt, das Thema Männergesundheit war, dann ist es tatsächlich so, denkt an die Sachen, die schief gehen können im Leben eines Mannes und dazu gehören die Krebserkrankungen, dazu gehören die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die hormonellen Veränderungen oder auch die Sexualfunktionsstörungen, die spielen natürlich eine Rolle, kommen aber vielleicht nicht so häufig vor. Und während ich bei den Krebserkrankungen durch Früherkennung viel machen kann, hilft bei den Sexualstörungen nur, dass man darüber redet und dass man das halt einsortiert. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn man älter wird, wird die Sexualfunktion meistens etwas schlechter, also genießt es noch, solange ihr könnt. Und vor allem auch darüber zu sprechen, ist ja auch ganz wichtig, weil es findet schon bei relativ vielen Männern statt und ich meine, es ist nichts, wo man sich dann irgendwie alleine mitfühlen muss. Wir haben gerade über verschiedenste Themen gesprochen, was die Krankheiten angeht und wie man die auch präventiv vielleicht verhindern kann. Prävention ist ein ganz wichtiges Thema. Bewegung, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Dann Ernährung, Licht, es gibt ja noch weitere Themen, die wichtig sind. Aber jetzt möchte ich mit dir über Sport sprechen. So, warum ist Sport in der Prävention von so vielen Krankheiten? Ich hatte schon mal einen Podcast aufgenommen mit Matthias Baum, das ist ein Gesundheitswissenschaftler, da haben wir auch über die Wichtigkeit des Sports gesprochen. Aber wie ist dein Ansatz? Warum ist dieser Sport so unfassbar wichtig, um Krankheiten zu verhindern? Weil es so einfach ist und weil es so offensichtlich ist. Als Mediziner, wenn du lang genug tätig bist, hast du so eine innere Statistik vor deinem Auge und du siehst einfach, dass die sportlichen Leute, dass die schlanken Leute einfach selten erkrankt werden. Das ist einfach so. Dazu brauche ich noch nicht mal große Studien. Das habe ich nach so und so vielen Jahren Berufspraxis einfach gelernt. Und wenn du dann tatsächlich die Wissenschaft bemühst, dann siehst du das auch. Also du siehst, dass du mit regelmäßigem Sport das Risiko für Brustkrebs oder Prostatakrebs um 30 bis 50 bis 60 Prozent reduzieren kannst. Wohlgemerkt, das gilt interessanterweise nicht für alle Krebsarten. Also du hast vorhin zum Beispiel das Pankreaskarzinom angesprochen. Da sieht man diesen Zusammenhang nicht. Bauchspeicheldrüse, genau. Genau, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber wir sehen es halt beim Mammakarzinom, beim Prostatakarzinom. Jetzt kommen wir wieder dazu, was wir gelernt haben. Das sind hormonell beeinflussbare Tumorerkrankungen. Und möglicherweise spielen da die Hormone eine Rolle. Aber ganz egal, wie jetzt der Mechanismus ist. Und ich habe vorhin auch gesagt, dass die T-Zellen aktiver sind. Also das Immunsystem ist aktiver bei Sportlern. Und die fressen dann die Krebszellen. Wir sehen es sowohl in der Prävention, also dass das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken, deutlich geringer ist, wenn man regelmäßig Sport macht. Aber wir sehen es auch dann in der Sekundärprävention. Also wenn es passiert ist und wir wollen verhindern, dass es wiederkommt, dann sind die Leute, die regelmäßig Sport machen, eindeutig im Vorteil. Und das ist frappierend. Und das ist auch wieder immer erschreckend und frustrierend, wenn man sieht, wie gut die Datenlage ist und wie wenig gemacht wird, um dieses Bewusstsein bei den Leuten zu implementieren. Und ich habe so viele Patienten in der Nachsorge, wo ich das den Patienten immer anheim stelle. Aber glaubst du, dass irgendeine Krankenkasse, die dann sicherlich weiß, dass der Patient am Prostatakrebs erkrankt ist, hergeht und dann anschreibt und dem sagt, also bitte gehen Sie regelmäßig ins Fitnessstudio, Sie kriegen einen Gutschein oder machen Sie so oder jenes. Warum ist das nicht? Ich weiß es nicht. Es ist so einfach. Deswegen machen wir diesen Podcast. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute zuhören und auch darüber sprechen, dass es einfach wichtig ist. Ich möchte nicht wieder über Prävention sprechen. Haben wir genug getan, aber auch Sport. Und du hast gerade noch mal was sehr Interessantes angesprochen, das Immunsystem. Das wird ja auch gestärkt, unter anderem durch Sport. Da gibt es natürlich noch andere Dinge, die man tun kann. Aber noch mal eine kurze Frage zu Krankheiten und der Relation mit dem Immunsystem. Wenn ich ein schlechtes oder schwaches oder nicht funktionierendes Immunsystem habe, ich weiß nicht, wie man das in der ärztlichen Sprache ausdrückt, ist dann meine Gefahr, dass sich Krebszellen entwickeln und bilden, größer? Also ist das damit auf jeden Fall eine reelle Chance? Theoretisch ja, weil eben die zirkulierenden Zellen, die Abwehrzellen sozusagen schlechter funktionieren, schlechter interagieren und dadurch natürlich die Zusammenarbeit des Immunsystems schlechter ist und somit das Risiko, dass Krebs entsteht, höher ist. Wir haben in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel, kann man vielleicht sagen, der Therapie bekommen, nämlich, dass es jetzt zunehmend Medikamente gibt, welche die Interaktion der Immunzellen beziehungsweise die Interaktion der Krebs mit der Immunzelle stören. Früher, noch als Lenz Armstrong zum Beispiel seinen weit fortgeschrittenen Hodenkrebs hatte, da war die Therapie der Wahl eine Chemotherapie. Und eine Chemotherapie ist eigentlich eine dumme Therapie. Du machst einfach nur alles kaputt im Körper und Krebszellen sind meistens empfindlicher als normale Zellen und die gehen dann halt kaputt und die normale Zellen, die leiden auch, klar, das sieht man, wenn die Haare ausfallen oder sonst was ist, aber irgendwie überlebt dann der Rest des Körpers doch und die Krebszellen sind halt tot und das war es so, weil es ist der Therapieerfolg. Das gilt natürlich nicht für alle Krebsarten, aber für viele. Und jetzt haben wir aber bei ganz vielen Krebsarten diese Immuntherapeutika, die das Immunsystem unterstützen und es ist ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, ich kann mich noch erinnern, als ich anfing Ende der 90er mit der Urologie, da war das metastasierte Nierenzellkarzinom ein Todesurteil. Die Patienten sind etwa nach einem halben Jahr alle verstorben und heutzutage ist die Prognose zwar immer noch nicht rosig, aber wir reden hier immer von zwei, drei oder manchmal sogar vier Jahren, wo die Patienten noch leben und das eben, weil wir jetzt Medikamente haben, die das Immunsystem unterstützen können. Ich habe gerade übrigens ein Thema vergessen. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Eingangs habe ich nämlich gesagt, wir möchten den Männern ja auch gerne die Angst nehmen. Das heißt, vielleicht beschreibst du nochmal ganz kurz, welche Behandlungsformen du anwendest beziehungsweise welche Untersuchungsformen und dann auch nochmal eine Schleife dazu, dass diese ja auch gar nicht so schlimm sind. Okay. Also ich kann es sagen, ich bin selber Patient von dir und natürlich ist es nichts Schönes, aber es ist etwas absolut Erträgliches und Lebensrettendes. Lebensrettendes. Ja, okay. Also an dieser Stelle jetzt nochmal eine Lanze für die Früherkennung brechen. Da kann man sagen, also 99,9 Prozent aller Patienten sagen danach, so schlimm war es ja gar nicht. Es ist tatsächlich nicht so schlimm und was passiert ist, im Prinzip das in komprimiert, worüber wir jetzt in der letzten Stunde drüber gesprochen haben, zunächst mal, dass ich dem Patienten die Information gebe, weil der beste Patient ist der aufgeklärte Patient, der weiß, warum er das macht und der auch weiß, warum kommen jetzt die eine oder andere Untersuchungen und in meinem Fall ist es so, dass ich halt den Patienten zunächst mal beglückwünsche, dass er es geschafft hat, hierher zu kommen und den dann halt informiere, warum er jetzt da ist, nämlich zum Beispiel Prostata-Krebs, all das, worüber wir eben gesprochen haben, dass der versteht, okay, ich merke es nicht selber, also muss es jemand anderes merken und das ist dann eben der Urologe und nach diesen Eingangserzählungen, eingänglichen Worten, wird dann eine Untersuchung gemacht, die besteht bei mir aus der Fingeruntersuchung, dabei wird also die Oberflächenbeschaffenheit der Prostata grob für mich als Urologe dargestellt, man weitet dann auch so ein kleines bisschen den Po, weil danach kommt ein Ultraschall noch und mit dem Ultraschall wird die Volumetrie, die Größe der Prostata gemessen und dann im Anschluss oder manchmal auch im Vorfeld wird Blut abgenommen und dann wird ein bestimmter Wert, der viel gescholtene PSA-Wert gemessen, das ist ein Eiweißstoff, der in der Prostata gebildet wird, der exzessiv beim Prostata-Karzinom gebildet wird und die Kombination aus diesen drei Sachen ermöglichen mir dann in der Übersicht sagen zu können, hier ist ein Risiko oder hier ist kein Risiko und was wir halt in der Vergangenheit und wir haben halt unsere Lektion jetzt gelernt, aber damals noch nicht oft übersehen haben, waren, dass es äußere Einflussfaktoren gibt, welche die Beurteilung der einzelnen Komponenten beeinflusst, wie zum Beispiel sexuelle Aktivität, Fahrradfahren oder eine große Prostata oder eine inkomplette Entdehrung der Blase, das sind alles Faktoren, die den Wert, diesen PSA-Wert fälschlich erhöhen können, aber um zu wissen, wie groß die Prostata ist, muss ich halt mal getastet haben oder eine Volumetrie, sprich also eine Größenausmessung mit dem Ultraschall gemacht haben und das alles ermöglicht mir dann am Ende sagen zu können, was los ist. Und das alles dauert de facto eine Minute, wo der Patient, okay, wahrscheinlich nicht die beste Zeit seines Lebens hatte, aber auch nicht so am Leiden ist, wie das halt immer unterstellt wird und so eine simple Untersuchung hat so einen unglaublichen Einfluss für den Rest deines Lebens, dass ich nur jeden ermutigen kann, das zu machen. Was seht ihr im Urin, weil das ist ja auch noch etwas, was abgenommen wird, eine Urinprobe? Bei der Urinprobe kann man schauen, gibt es irgendwelche Veränderungen im Säure-Basen-Haushalt, gibt es eine bakterielle Beladung, Belastung, gibt es irgendwelche Veränderungen, zum Beispiel Zucker, kann man auch im Urin sehen, wobei, wenn ich den dann im Urin sehe, dann ist es schon ein relativ fortgeschrittenes Stadium. Ich kann gucken, ob Blut zum Beispiel im Urin ist, wie ist der pH-Wert. Also es gibt schon einiges, was ich am Urin sehen kann. Es gibt neuerdings auch immer zuverlässigere Blasenkrebs-Tests, die einem ermöglichen, da auch ein bisschen zu gucken und genauer nachzusehen. Stimmt es, dass häufige Erektionen beziehungsweise ein gut frequentiertes Sexleben förderlich sind und präventiv gegen Prostatakrebs oder auch Hodenkrebs wirken oder ist das ein Mythos? Das wäre schön. Ich kann das jetzt so in der Form nicht unterschreiben und ich kann die Untersuchungen, die es dazu gibt, die sind auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil nirgendwo wird so gelogen wie beim Sex oder bei der sexuellen Leistungsfähigkeit. Grundsätzlich allerdings vom Verständnis, von einem medizinischen Verständnis, ist es durchaus sinnvoll, regelmäßig zu ejakulieren und zwar ganz unabhängig, ob das jetzt im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen ist oder nicht, ganz einfach, weil die Prostata ein drüsiges Organ ist, das heißt, sie bildet ein Sekret und es ist immer sinnvoll, wenn das Sekret halt regelmäßig erneuert wird sozusagen. Wenn man so will, ist es wie Nase putzen, nur halt für zwei Etagen tiefer und so gesehen würde ich schon sagen, dass das aus medizinischer oder aus gesundheitslicher Sicht nicht schlecht ist, aber ich würde dem jetzt noch nicht so viel Bedeutung beimessen, dass ich sage, also man muss so und so viel Ejakulation, es gibt so eine Studie, die ich jetzt hier nicht zitieren werde, die das aber mal gesagt hat, also man muss so und so oft ejakulieren und dann hat man ein geringeres Risiko für Prostata-Krebs, das ist sehr weit hergeholt. Zwei fliegen mit einer Klappe, zum einen Gesundheit und zum anderen brauchen wir in Deutschland Kinder, das ist dementsprechend, auf geht's. Klar. Jetzt komme ich doch zum letzten Teil, den ich eigentlich schon vor zehn Minuten mit dir besprechen wollte und zwar deine eigenen sportlichen Aktivitäten. Was machst du, was sind deine Leidenschaften? Ja, also da muss man ganz klar sagen, dass ich jetzt im Laufe der Jahre, im Laufe des Älterwerdens wieder zu meiner alten Leidenschaft, dem Klettern, gefunden habe. Ich habe früher sehr viel geklettert, sehr intensiv, das war im Prinzip mein Leben und das hat sich dann so ein bisschen im Laufe der Jahre und auch der beruflichen Laufbahn wurde das dann zurückgestellt. Jetzt muss man sagen, das Klettern ist jetzt keine Sportart und wo du in Berlin viel machen kannst mit, weil da fehlt einfach der natürliche Fels. Ich komme ja noch aus der Zeit, da gab es noch nicht mal Kletterhallen und habe aber jetzt im Laufe der letzten zwei, drei Jahre wieder dazu gefunden. Ich hatte eine Phase, wo ich ganz lange Triathlon gemacht habe, über zehn Jahre, wo ich auch sehr froh drum bin, was natürlich auch, wenn wir jetzt wieder auf die Männergesundheit kommen, ganz gut war, weil ich dadurch halt sehr viel Ausdauer gemacht habe und das ist auch gut für das Herz-Kreislauf-System. Aber jetzt kommen wir halt in ein Alter, ich bin jetzt über 50, wo auch das Krafttraining wieder an Bedeutung gewinnt, weil die Sarkopenie, also der Mangel an Muskelmasse, dann halt ab 50 stattfindet und da reicht es eben nicht, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt einmal die Woche laufen oder zweimal die Woche, dann muss auch ein bisschen Krafttraining dabei sein. Und das ist natürlich dann eine ideale Kombination, wenn man da mit dem Klettersport auf einem entsprechenden Niveau tätig ist, wo man ja doch auch dann Kraft braucht. Und wenn man das dann noch ein bisschen kombiniert und das Fahrradfahren ist dann noch meine zweite Leidenschaft geblieben, dann ist das eigentlich eine gute Kombi und ich mache das einerseits, weil es mir Spaß macht, zweitens, weil ich für meine Verhältnisse, für meine bescheidenen Verhältnisse ganz gut drin bin und drittens, weil ich auch weiß, das hat einen Gesundheitsaspekt, ganz klar. Warum ist die Handkraft so wichtig? Ich hatte mit unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Professor Schuster da mal drüber gesprochen, er macht ja auch so Handkraftmessungen und ich glaube, letztens hatte ich auch eine andere Untersuchung noch, da wurde das extrem untersucht und auch nochmal auf die Wichtigkeit hingewiesen. Warum ist die Handkraft gerade so ein Indikator für Fitness? Das ist jetzt eine Analogie, die ich dir nicht beantworten kann. Da gibt es sicherlich irgendwelche Connects und das weiß der Herbert Schuster sicherlich besser als ich. Schöne Grüße. An dieser Stelle, genau. Ich kann nur sagen, als Kletterer kann ich natürlich sagen, dass die Handkraft eine Relevanz hat, gar keine Frage. Jetzt könnte man mutmaßen und sagen, gut, Leute, die halt viel Sport machen, die haben halt auch eine entsprechende Handkraft und Leute, die viel Sport machen, sind auch gesund und somit ist die Handkraft korreliert mit der Gesundheit. Das könnte es schon sein. Beim Klettern ist es klar, ist es wichtig, weil du musst halt die Griffe halten. Wenn du schwer kletterst, sind die Griffe ja immer kleiner und da brauchst du halt entsprechende Kraft in den Fingern. Die Wichtigkeit des Krafttrainings in zunehmenderem Alter, hast du gerade angesprochen, wie wichtig ist die erhöhte Zunahme an Proteinen? Tierisch oder pflanzlich? Ich glaube, dass das schon wichtig ist. Ich glaube, man sollte gerade, wenn man älter wird als Mann, darauf achten, dass man ausreichend Eiweiß zu sich nimmt. Auch das ist oftmals eine Frage, was ich als Urologe, was ein bisschen fachfremd ist, eigentlich aber häufiger bekomme. Man sollte schon so ein bisschen auf die Supplementierung achten, dass man zwischen seinen 1 und 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist. Wie man das dann zuführt, ob man das mit einem Pulver macht oder ob man das mit Quark oder anderen Eiweißträger macht, ist dann jedem selber überlassen. Ich persönlich mache tatsächlich eine Substitution mit Pulver, weil ich das sonst nicht schaffen würde, so viel Quark zu mir zu nehmen oder Hühnchen oder sonst was. Das ist ja auch nicht so gut, wenn man die ganze Klappe... Also 2 Gramm zwischen... Ja, ja, ich gehe jetzt von 2 Gramm. Ich versuche 2 Gramm. Und das ist so... Also ich mache noch dieses Intermittent Fasting. Das heißt, morgens esse ich selten. Es ist echt hardcore, ne? Also ein Ei hat vielleicht 4 bis 6 Gramm pro Ei. Also man kann ja jetzt irgendwie nicht 20 Eier essen auf einmal und dann irgendwie... Das ist schon... Also ohne Supplementierung geht es eigentlich nicht, ne? Das geht eigentlich nicht. Also deswegen... Und da ist das Pulver und das ist ja auch viel besser geworden als noch früher diese klumpige Pampe, die du früher noch hattest. Mittlerweile ist das ja eigentlich ganz gut und es muss auch nicht immer nach Vanille oder Schoko schmecken. Also da gibt es ja auch noch Variationen und dann mische ich mir die ins Müsli mit ein bisschen Quark. Ich hatte erstaunlicherweise, als ich damals noch aktiv Triathlon gemacht habe, das Problem, dass ich zu wenig gegessen habe im Verhältnis zu dem, was ich verbrannt habe. Aber ich habe das nicht geschafft, so viel zu essen. Also das muss man halt auch immer gucken, was ist sein Kalorienbedarf, den man hat, gemäß dem, was man verbrennt. Und klar, wenn du Triathlon trainierst, da bist du ja eigentlich nur am Essen oder am Trainieren oder am Schlafen. Mehr kannst du eigentlich nicht mehr machen. Ich bin jetzt nicht so firm mit dem Klettern. Also ich habe es mal probiert, das Bouldern. Du hast gerade gesagt, dass du gerne auch, dass du früher natürlich auch, da gab es noch keine Kletterhallen und da bist du halt in den Bergen. Du gehst auch jetzt noch weiter in den Bergen und du hast mir letztens erzählt, dass du auch vor kurzem für mehrere Wochen im Ausland unterwegs warst, um Berg zu steigen. Erzähl mal ein bisschen von deinen Eindrücken und vor allem, wo warst du? Also ich war in Argentinien, in Anden, bin dort auf den Aconcargua gestiegen. Das ist der höchste Berg in der amerikanischen Platte. Und jetzt, warum Aconcargua? Naja, der gehört zu den Seven Summits, also die sieben höchsten Berge der Erde. Und der Aconcargua ist ein Berg, der aus technischer Sicht relativ einfach zu ersteigen ist, der also keine bergsteigerischen Schwierigkeiten macht. Das ist, wenn du so willst, ein Wanderweg, allerdings ein ziemlich hoher Wanderweg. Der geht auf fast 7.000 Meter hoch und da ist die Luft schon ganz schön dünn. Nun ist es so, dass ich halt schon einen gewissen Anspruch hatte. Also ich hatte dieses Mal versucht, das über einen schwierigeren Weg, da gibt es verschiedene Wege, zu besteigen. Den Berg hat leider nicht geklappt, weil Wetter war schlecht und die Eisverhältnisse waren nicht gut, sodass ich am Ende dann doch das über den Normalweg gemacht habe. Aber klar, das war natürlich eine super Erfahrung. Jetzt ist es halt so, dass ich durch den Ausdauersport, den ich in den letzten Jahren gemacht habe und dann natürlich diese neue Interesse am Bergsteigen in der Lage bin, ein bisschen up the road zu gehen. Ich war vor zwei, drei Jahren vor einem Kilimanjaro. Alpen habe ich auch einiges schon bestiegen und dann kommt natürlich diese Seven Summits Serie und dann ist natürlich der Nächste auf der Liste, der Aconcagua, der eben technisch einfach ist, der allerdings jetzt in den letzten Jahren insofern schwierig geworden ist, dass wir haben ja einen Klimawandel, auch wenn andere anderer Meinung sind, aber allein nach zwei Besuchen am Aconcagua kann ich sagen, ja doch, dann gibt es, weil der Aconcagua war früher eigentlich ein ziemlich sicherer Berg. Es gibt da keinen Schnee oder kaum Schnee und du hast im Prinzip immer gutes Wetter im Sommer gehabt, unterbrochen von Schlechtwetterphasen. Jetzt ist es so, du hast eigentlich immer schlechtes Wetter unterbrochen von Gutwetterphasen und du musst halt wirklich gucken, dass das Wetter halt so ist, dass es klappt und schlechtes Wetter heißt da nicht unbedingt Schnee, sondern das heißt unheimliche Winde und du kannst bestes Wetter haben, wenn du unten im ersten oder zweiten Camp oder im Basecamp bist und guckst hoch, siehst irgendwie blauer Himmel, alles schick, aber wenn du Windgeschwindigkeiten von 100 oder 120, 130 km hast, da gehen die Bergführer noch nicht mal aus dem Zelt, weil es einfach nicht geht und das hat sich halt schon geändert, deswegen bin ich ganz froh, dass es dieses Mal geklappt hat, nachdem ich im Vorjahr schon mal da war und ich nicht hochgekommen bin, eben wegen dem schlechten Wetter. Was gibt dir das Klettern, Wandern oder wie du es auch immer bezeichnen möchtest, vor allem die Zeit in der Natur, was macht das mit dir? Ist das ein sportlicher Reiz oder ist das auch so ein bisschen das mentale einfach mal abschalten raus aus dieser krassen Welt hier in Berlin? Ja, also ich muss sagen, für mich ist das Klettern so ein bisschen zurück zur Jugend, also ich habe damals, ich bin ja ein Kind der 80er und bei mir hat, bei dir natürlich noch mehr als bei mir, aber auch König Fußball regiert, an dieser Stelle Gruß an SV Niederauerbach, ich habe da nicht so lange gespielt, aber immerhin und habe dann aber irgendwann das Klettern gefunden und wenn ich jetzt heute klettern gehe, dann habe ich immer noch so diese Feelings von früher, also das ist wirklich so ein so back in time erstens, zweitens, klar, es ist eine Auseinandersetzung mit dir selber, das Klettern ist ja ein Sport, wo, da kannst du niemandem die Schuld geben, das ist ja was ganz anderes wie beim Fußball, wo du ein Team bist, beim Klettern bist du selbst und die Schwerkraft zunächst mal, klar, später bei längeren Touren bist du halt in einer Zweierseilschaft oder mehrere Seilschaften, aber, mehr Personenseilschaft, aber an erster Stelle, du fällst, Schwerkraft schaffst es nicht, fällst runter, so, und diese Auseinandersetzung mit dir selber und dann somit auch mit der Natur ist schon was, was mich damals sehr geprägt hat und was im Prinzip wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht und dir geht es sicherlich genauso, wenn ich jetzt mich mit Patienten unterhalte oder auch mit Leistungssportlern, für die ist der Sport, so wie sie den kennengelernt und erlebt haben in ihrem ganzen Leben immer was extrem Prägendes, was Einfluss hatte auf all ihr Handeln im Leben und in gewisser Weise geht es mir genauso und deswegen ziehe ich persönlich aus dem Klettern unheimlich viel raus, übertrag das jetzt an die hohen Berge, ich war am Aconcargua auch Bowlern, da liegen ja überall Felsblöcke rum, ich bin auch klettern gegangen, jetzt habe ich das Glück, dass ich Spanisch spreche, so konnte ich dann also auch mich mit den Leuten, mit den Eimerschen super unterhalten und der Austausch mit den Kulturen ist natürlich auch extrem spannend und zu sehen, wie hat jetzt die lateinamerikanische Kultur, wie reagiert die aufs Klettern im Vergleich zum Beispiel mit den Deutschen oder den Franzosen oder den Spaniern, das ist schon spannend. Das finde ich schon echt interessant, wie man sich auch immer wieder in die Vergangenheit zurückversetzt fühlt. Ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile Projekte mache und an Dingen arbeite, die mir sehr, sehr viel geben, die auch aus meiner Sicht sehr sinnvoll sind, aber ich weiß gar nicht, wie ich es zuletzt noch gesagt habe, das eine einzige oder dieses eine Element, in dem ich mich einfach am meisten zu Hause fühle, ist Sport und Wettkampf und das ist jetzt aufgrund meiner körperlichen Fähigkeit, der Hardware, sage ich jetzt mal gerade, speziell mein linkes Knie, da muss ich schon immer ein bisschen aufpassen, ich muss immer anpassen, laufen kann ich jetzt nicht mehr so viel, dafür gehen halt manche Kampfsportarten zum Beispiel, also das Boxen, wunderbar, jetzt habe ich in Los Angeles das Jiu-Jitsu für mich entdeckt, was auch der Knaller ist, aber so dieses, wir sind irgendwie alle so ein bisschen gewired und jeder hat seine eigenen Themen, die einen sind eher akademisch unterwegs, die anderen eher sportlich und deswegen finde ich es total interessant. Frank, wir sind am Ende angekommen, ich fand den Podcast sehr, sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge einige Männer dazu bewegen, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, denn wir haben ja gehört, dass es Leben rettet. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, Dankeschön. Vielen Dank.